Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Read Skyrim und wir haben da ein neues Buch und das heißt da Veperjack und der Verfasser ist unbekannt und wir schauen da gleich einmal rein. Kleine Jungs sollten nicht die Mächte der ewigen Dunkelheit darauf beschwören, wenn kein Erwachsener dabei ist. Ich weiß, ich weiß, aber an diesem sonnigen Abend, am 5. der ersten Saat, wollte ich keinen Erwachsenen dabei haben. Ich wollte Hermaeus Mora, den Daedra des Wissens, des Lernens der Klebstoffe und Lacke. Ein schöner, muskulöser Mann, der unter der Bibliothek in meiner Heimatstadt lebt, erzählte mir nämlich, dass der 5. der ersten Saat die Nacht von Hermaeus Mora sei und wenn ich das Ogma Infinium, das Buch des Wissens, haben wolle, müsse ich ihn heraufbeschwören. Wenn man der neue König des Königreichs, der Einsamkeit ist, kann man jedes bisschen Wissen gebrauchen. Na klar, normalerweise benötigt man einen Hexenzirkel oder eine Magiergilde oder zumindest zusammenpassende Kopfkissenbezüge und Bettlaken, um einen Fürsten von Obliven anzurufen. Der Mann unter der Bibliothek zeigte mir aber, wie ich es auch alleine schaffen kann. Er sagte, ich solle warten, bis der Sturm am stärksten sei, bevor ich die Katze rasiere. Den Rest des Rituals habe ich vergessen. Das machte aber nichts. Es erschien jemand und ich dachte, es sei Hermaeus Mora. Das Einzige, was mich stutzig machte, war, dass ich gelesen hatte, Hermaeus Mora sei ein großer, monströser Klumpen mit vielen Augen und Klauen. Und dieser Kerl sah aus wie ein Geldverwalter im Anzug. Außerdem nannte er sich andauernd Sheogurat und nicht Hermaeus Mora. Aber ich war so glücklich darüber, Hermaeus Mora heraufbeschworen zu haben, dass mich diese Widersprüche nicht weiter störten. Er ließ mich einige Dinge tun, die für mich keinen Sinn ergaben. Sie waren wohl für einen sterblichen Verstand einfach zu hoch. Und dann übergab mir sein Diener freudestrahlend etwas, das er den Webberjack nannte. Vielleicht ist der Webberjack das Buch des Wissens. Vielleicht bin ich schlauer, da ich weiß, dass Katzen Spatzen sein können oder Tatzen oder Fratzen oder Ratzen oder auch Ritzen. Und ein Bein kann sein Fein oder Allein oder Rein oder ein Pein oder Dein oder Mein. Ich muss doch schlau sein, da ich das System der Verbindungen verstehe. Also warum oder weshalb sagen die Leute andauernd, ich sei verrückt. Webberjack, Webberjack, Webberjack. Okay Leute, ja, das war das Schicksal eines jungen Mannes, Leute. Webberjack, Webberjack. Ich wünsche euch noch viel Spaß und eine argeliebe Nacht. Euer Tozo. Ciao.